Oh, weiter geht's. Also, Chiraco, nicht umdrehen, nicht in das große Lichtscharm hinter dir. Ah. Oh mein Gott, ich bin blind. Ich bin blind. Schon passiert. Das war aber epic, Chiraco, jetzt bist du blind. Oh mein Gott. So, Chiraco, wenn du hier rechts runter gehst, Aha. Dann ist da hinten eine... Bist du mit dem Dicken unterbiegst oder mit dem Leichten? Mit dem Dicken. Es kann durchaus sein, dass du hängen bleibst, dann gehst du einfach die linke Rampe hoch, den E2 da. Oh. Okay. Glaubst du, das Hängenbleiben schafft nur Aljo, da ist Kack vor. Nein, irgendeiner war letztens... Nein. Es war der Knofi und... Ja, ja, Knofi. Ja, unsere zwei Spezialisten halt. Ehehe. Wir sind alle aneinander hängen geblieben. Ja. Nein, der andere. Da scheitbar. Okay, Knofi, Knofi, Knofi. Das nächste Mal nehmen wir Natascha einfach zwischen uns. Ja. Sandwich. Klingt nach einer Idee, ne? Ja, weiß. Ja, weiß. Wie sauer. Ganz tolle Stütze hier. Nee, ich komm hier einfach über das Ding hinweg. Ja, ja. Weiß, wenn du da nicht schaust, wo es hier läuft. Alter, was ist denn das für ein Scheiß hier, ey? Ich denke gerade an Natascha auch noch mal. Nee, ich hole gerade einen Schwung, der läuft gerade vor mir. Leo, ich komme... Also, sie kommen tatsächlich mal auf Alpha, machen sie auf eigenartigerweise. Lass mich an die Wand dahin, da ist mein Schattenfadensatz. Ich bin das genaue Gegenteil von dir. Heute ist Gegenteiltag. Cool? Ja, bin auch so. Mein Dicker ist nicht so schnell. Der ist halt ein bisschen mopsig. Aha. Mopsig? Ja, so ein Awesome ist so ein bisschen mopsig. Der kommt dann da angestiefelt. Das ist so ein Nikolaus, weißt du? Ah. Aber wenn er da ist, dann wird er voll in den Sack. Ja, ja. Man merkt so. Lange er nicht, Niki. Krause ist es. Er kriegt ihn voll auf den Sack, das stimmt. Ja. Also, Bitter ist jetzt offen. Wir fassen Ablenkung. Was ist denn jetzt so? Wahrscheinlich. Bearschenlade. Dann müssen wir rüber nach links. Also, doch mal links, oder? Ja, warten wir erstmal ab. Gucken wir mal. Bisse von links. D3 ist jedenfalls noch nix. Denk mal, die werden wieder von da hinten reinkommen. Wie immer, ne? Normalerweise, ja. Kommt man immer da hinten rein. Oder welches hinten? Definiere da hinten rein. Ja, genau. Da haben wir doch schon mal einen auf dem Weg. Aneinander halt. Na ja, da kommen sie. Da sind wir wieder in der Luft. 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 Feuerkontakt bei Ajo und mir. Nicht mehr in den Rücken schießen. Ups, sorry. Ich hatte einen Helpinger. Und... Ziehen die Richtung D3? Und eine Stormcrille hatte ich da gesehen. Ich glaube, das war gerade hier hart. Die müssen hier weg, Jason. Die haben jetzt unseren Kicker. Ja, am Weg. D3 sehe ich. An E4. Wer ist da an E4? Gargeln wären da mitten offen. Von um... E4 haben wir einen Timber. E4 habt den Timber rechts von euch. Also... Er ist Blut. Ich scheiße ab. E4 steht dann... Noch zwei. E4 stehen noch zwei. Dann rücken wir nochmal zu E4, oder? Timberwurf... Ja, E4. Ja... Okay, Jungs. Und... Timber und... Das andere ist ein Dingsbums. Äh... Sollen wir mal da rumrücken? Mit den zwei Stalkern und dem hier. Daishi kommt noch weg. Der ist da unten irgendwo. Kommt dann immer weg und der wird frech ja noch. J, 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 Daishi. Alpha kommt rein. Da soll er mal machen. Mh... Würde ja mal bitte den Timber da wegschießen. Falls er nicht. Oh Mann ey. Hm? Rechts brauchen scheinbar Hilfe, weil das jammer gehört. Gehen wir da weiter abstauben. Wenn ihr euch hier wegbewegt, Leo und Chico, dann sagt mir Bescheid, ich stehe im Zoom. Oh. Da oben Radar. Ich glaube auch hier cool. Okay. Okay. Nicht alle rüber gehen. Mhm. Wir nehmen Dragon. Das ist unser... Äh... Huck. Huck. Die zirkeln schön durch, muss ich sagen. Mhm. Leute, ich brauche hier wirklich Hilfe in... Sollen wir abdrehen? Ja, die Hauptgruppe steht hier rum und hält sich die Eier, während die jetzt rechts unterm Kreisen. Ja komm, wir drehen auch nach E. Ich geh jetzt da weg, wer auch immer rechts stehen bleibt, ist selber schuld. Ich warte jetzt bis die kommen, ich ruhig keinen Meter mehr. Ich krieg auch aufs Fressbrett. Ist das schön, alle trennt weg. Ne, ne, ich bleib nur jetzt ums Eck stehen und guck nicht mehr raus. Ja, das nutzt mir jetzt auch nischt mehr. Wo sammeln wir uns? Wir hätten einfach nur da stehen bleiben müssen. Wir hätten hier gegucken. Wo sammeln wir uns? Immer in... Was ist das? Omega. Immer bei Omega, ja. Ah, schön. Wie hast du den denn erwischt, ey? Boah, den hab ich zufällig grad noch gesehen da. Zwischen zwei Fels mit dem hier vorgeguckt. Wird's echt geistig drauf sein, dass wir da bald mal pushen wahrscheinlich. Find ich gut. Zum Glück haben die nicht gerafft. Ja, die Hauptgruppe von denen steht auf Emil 4, eigentlich könnten wir da rein pushen. Und endlich in der Überzahl sein. Mal los, Chiraco. Nö. Ich bin der vorderste. Pushen jetzt los. Graut euch. Ja, komm, hey, bring hervor. Hm, bin hinter dir. Ich glaub, dass die sogar teilweise Wektrats haben von euch, die gehen grad auf mir und ich bin woanders. Okay, komm, Chiraco, beweg dich, ich bin bei dir, beweg dich. Links. Ein jetzt. Und dann links ums Eck sofort. Hm. Cleo helfen, da wo der Feind ist, wo er. Boah. I'm on it. Macht es, macht es, macht es, macht es, macht es. Echt? Jupp, ich geh weiter durch. Ist nur einer übrig. Ja, der wie gebraucht hat, den Hauptzenar am Radar, oder? Rechts. Da ist er doch, hier, zählt da. Passt. Und... Irgendwo war schon was herinnen, rechts von uns. Ja. Rechts an Beta. Der von Beta kam, der Hellbringer, den hab ich grad abgeschossen. Vollzett. Ne, ne. Der war Rack 0 auf uns. Von, nix, wer da jetzt wieder zurück auf Start. Sammelt sich da jetzt noch. Was? So, wo sammeln wir uns? Die sind noch draußen. Nicht rausgehen, zurück zur Base. Ja. Back, back, back. Du hat's eben gesagt Omega. Ja, Omega Base ist aus. Irgendwo da, wo man schnell zu alle Punkte hinkommt. Ah, also die Map ist schon mal echt cremig, muss man sagen. Ja, also... Richtig nice. Ich find das ist die schlimmste mit dem Spiel. Hm. Die mach ich auf jeden Fall lieber als die andere. Ja, also ich find die voll geil, die... Du kannst die angreisen, zieh ich die Gegner nicht. Das ist voll... Das ist voll... Genau, du hast die Sonny in Xie. Ja. Ich finde das ist voll die Brawler-Map. Das ist richtig geil. Ja, das ist sie. Geh ja schon. Und ich mag das. Ich liebe Brawlen. Das ist... Ah. Das ist so genial. So, diesmal stelle ich mich hinten in und hau ab. Ich hab grad einen Monitor gibt's. Mhm. Diesmal stelle ich mich hinten in und hau ab, wenn's brenzlig wird. Das machst du auch. Kann es sein, dass der Reibert irgendwie leckt? Nee, jetzt nicht mehr. Doch. Doch, der leckt. Das klingt ekelhaft, egal was der da macht. Er schüttelt sich denn so eine Art. Nee, ich bin das nicht. Wie du deinen Namen gerade angezeigt hast, oder ist das? Ja, weil ich währenddessen geredet hab. Kannst du aber reden? Du nicht? Ah, da haben wir was. Das ist ein Warhawk. Hat er was gefunden? Ich sehe eine Warhawk. Ich geh wieder. Wo denn? Oh, da ist aber auch was. D4 ist aber auch was. Ja, es war ein warmerer Tag. Ich wollte nicht eine halbe Stunde auch schon damit in jeder Sicht. Ich geh noch mal hin und schau noch mal. Ich bleib da in der Gegend und schau, ob das noch einer ist. Die kann man sicher links auch. Da war gerade auch ein Blip. Ja, ja. Da hab ich ihn. Der Warhawk steht... Wow, hat der mir reingedrückt. Genau an der Ecke da. Da wo ich hinschieße. Genau da hinten in der Ecke steht er. Hier hoch mal mit dem Seismic rein. Ja, da blieb's. Nur ein Warhawk. Da kommt er. Mach mal einen Putt. Wir sterben eben auch zum Putt. Incoming. Eine ganze Lanze. Oh, zu viele. Ja. Mich am Sauberrand. Mich am Sauberrand. Oh, die kommen durch. Ja. Auf der linken Seite bei E3. Die drücken da, ja. 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 Der Warhawk macht mich tatsächlich. Der ist normal. Der hat 200 Schaden gefressen. Fällt nicht um der Hund. Wer ist denn? Den Meter holen wir uns. Auch schon zwei Deffen. Da ist ne ganze Lanze drüber. Können wir mal die Chancen fett genommen. Ich kann das noch einmal. Ich bin aufm Weg. Können wir hier die aufhalten, weil die alle Generatoren haben? Probier es. Oh, wie nice. Danke. Bitte schön. Ich brauche hier Hilfe. Ich habe einen UV gesetzt. Ah, da komme ich zu spät. Sorry. Ich kümmere mich um den, der dich gepeinigt hat. Ich bin auf meinem Weg. Einen Hebron haben wir da noch. Kann man nimmer schiraffarten. GG. Ah, der Brawler Orion. Wo? Du hast mit zwei Manks weniger. Gegen auf E4. E4 roger. Ich weiß, dass ich kämpfen gehe und ich in der Ecke stehe. Daran könnte es liegen. Der ist ein nackiger. Zwischen E3, E4 Richtung Dora 3. Nein, in der Mitte von dem Viereck. E3, D3. Ah, okay. Ein nicht. Okay, ich guck mal rein. Das könnte sein, dass es der nackige... Das ist da oben. Der ist über und auf der Plattform oben. Ich glaube, das ist ein Hannover oder so. Auf den Generator. Kann mir jetzt irgendwas mit Sprung füßen? Er ist oben hier in den Block oben und schießt auf den Generator. Ich stelle mich vor dem Generator. Das ist eine Aufschaltung. Das ist ein Missflug. Ja, ich sehe ihn. Na, die Aufschaltung halten. Ja, ich weiß nicht, ob ich es halten kann. Ich glaube eher nicht. Ich habe schon Ratte. Prost tot. Schön. So, ich komme zurück zur Mitte. Nette B. Nach der Warschuhe, der kommt wahrscheinlich nicht mehr. Ja, ich würde sagen, das sieht gar nicht mal schlecht aus hier. Haben wir alle Shirakos zu verdanken, der ist unser beste Mann. Na, natürlich. Außer Cleo. Wir haben heute... Ja, der Cleo ist ein Glender. Spür auf dem Map. Die Gehams sind ihre Landezonen. Alpha. Alpha. Es hat keiner zum Schatzkopf, um darauf zu kommen. Na, bin mal wahr. Alpha, okay. Eh, aber jetzt war fach. Gut. Wollen wir denen entgegen gehen oder hier kommt... Nee, komm. Komm zu uns. Versuch uns rechts rum. Ja. Loll. Alter, scheiße. Der hat gelitten. Da ist noch mehr. Die sitzen da. Die sitzen da zwischen. Bravo, bravo. Eine falsche Scheu. Aber warum bringen wir das? Das Zeug. Charlie, Charlie, Rücken auf. Ab ihn. Oh, auch links von uns. Oh, viele, viele, viele. Doppeltor, ein Helpring. Wahrscheinlich zwölf. Was rennt denn dieser Klaner in mich rein? Äh, Dito. Ach, so nicht zu fassen. Oh, shit. Jo, ciao. Nicht zu zögerlich haut es rum. Ah, schade. Egal. Next, Mac. Dum, 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 dum. Bist ausgestiegen, Cleo? Nö. Ah, overheat. Jetzt kommt auch der Legendary Hunchback. Der einzig wahre. Echt? Epic-Wahre? Ja. Epic-Hunchback? Ja. Ich weiß nicht, der Hunchback, ich finde den geil. Äh, okay. Ja. Nee, ehrlich, ich weiß nicht. Ich finde den... Ich gehe jetzt sterben. Niemand mitkommen. Okay. Ich sitze doch im ersten Weg. Oh. Das ist natürlich geil. Wie checken soll ich? Der muss ähnliche random Wörter schreiben. Wollte es halt einfach auch mal mitmachen. Ja. Kann man machen. Ja, ich würde sagen, jetzt wird es wie die langsam ein bisschen eklig. Au. Ein Mist. Ich muss mir das mal hier ein bisschen genauer ansehen. Rika. SRM. Nichts, Miko. Ah, nee. Nur SRM. Weil ich es nicht gesehen habe, die stehen wieder am Recht, Frau Läufe. Ich glaube, die haben irgendwie aufgegeben. Sie haben zwei Tote und zwei stehen auf Disconnected. Es ist nicht nötig, dass wir da drinnen jetzt rumstehen. Geh mal raus. Gut. Bin unterwegs. 1.5, die wechseln. Ist ein bisschen Sonne. Ja, ihr sammelt eigentlich, ich geh mal raus. Mhm. Mehr für mich. Aber ich sag ja, nach 10 Uhr ist immer das, wo wir gewinnen. Geirrwulff. Jetzt hat er mich genau an der Schulter erwischt. Das scheiß Mystic Links ist da reingeflitzt bei uns. So, ich fang's ab. Ich bin gerade befänglich. Fänglich ist der linkes Tor. Ach, ihr seid alle dran, ja dann. Er ist, er wollte nicht weg, er ist bei uns geblieben. Entwandgänger 3, SRM6 in ein Misslings rein. Keine Ahnung, der steht in die ganze Zeit. Leute, kommt ihr? Nö, der Misslings hält uns auf. LOL. LOL. Chiraco, was machst du da? Hast du so einen unbewaffneten Hanspeck? Das ist ein epic Hanspeck, da brauchst du keine Hilfe. Hilft Chiraco nicht. Jo, feuert ihn an. Chiraco, Chiraco, töten Sie. Chiraco, Chiraco, töten Sie. Links und uns, links und uns. Genau, einfach nochmal bis in die Ecke. Und nicht, nicht voll. Also der Ernst hat von dir killen lassen im Rücken, was ist denn das für ein Pfosten? Ja, danke, ne? Ich glaube, der hat aufgegeben. Ich weiß, ob es der einzige Gitter, wie bist du denn? Sein Rückenkärmer. Oh, hat er mit Autokäten rausgeholt. Und der letzte? Ich habe hier einen Hellbringer hinten. Irgendwo ist killen uns übrigens gerade die O-Chains. Der Hellbringer. Wir verlieren! Du mein Freund, der hat einen Headshot. Ich muss jetzt nicht alle zurücklaufen. Nö, der ist tot. Den habe ich erledigt. Achso. Der hat von mir abgeschickt, aber er hat einen Headshot gekriegt. Der ist der Größte, er hat uns gerettet. Hurra! Ich habe doch hart und das gut gemacht, so einfach ist das. Wo ist er denn? Wir haben nur einen lebendigen, dann zwei Disconnecter rumstehen. Ähm. Doch. Lebendiger ist gerade gekommen, F8 etwa. Und heu mal lieber die Jump Chats. Ja, deswegen wollte ich eigentlich auch. Ja, Dieter. Ach, der hat zwei Dyer-Wolfe. Wie hätten dir das geschaffen? Mein Jump Chats Irby. Das vermisst links. Alter, was hat der neben Dyer drinne? Die Airpeps, Ultra 2er, LBX, ist der Dock-Load-Out? Dann sterbe ich endlich. Ja! Hm, und will er noch was abkriegen, Cleo? Ja. Wo ist denn der Rest? Müssen wir jetzt erstmal suchen. Der Leiter ist nach links weggelaufen, vor mir weg. Richtung E8? Sind quasi E8? Da ist er gelandet, und dann ist er nach links an der Wand entlang weg. Ja, kommt was. Wer ist links? Von unserer Sicht oder von seiner Sicht? Von unserer Sicht. Ich sag immer unsere Sicht. Gut, gut. In Richtung Base. Das heißt, irgendwo Richtung D8 oder sowas ist das Brettchen hingelaufen. D8, D7, vielleicht versucht er wieder in die Base zu kommen, wenn es der gleiche war. Na, da steh ich dann und wart auf ihn. Und die Fahrer sind jetzt nicht mehr dabei. Du schnappst den Disconnector, genau. Ja, fahren wir schön. Ja, er kommt. Ich habe mich angeschossen. Töte, Cleo. Geht nicht so schnell. Das war mein böser Blick. Ich habe gar nicht geschossen. Schi, Racco, Schi, Racco, mach ihn kalt. Schi, Racco. Ist das nicht eher ein Kid Fox? Ja, ist auch ein Kid Fox. Entschuldigung, habe ich mich verguckt. Wo ist er denn? Bei Chiracco. Urban Mesh gegen Kid Fox. Ein epischer Kampf. Ja. Er lachte. Es ist so geil, du schießt ihm hinten in den Center rein und er pflippt auch arm weg. Heavy epic. Aua, was ist denn jetzt los? Ich hatte gerade voll die Bugs. Kommt vielleicht da, weil ich gleich um die Ecke komme. Bravo! Ja, geht doch. GG. Der Irby ist einfach der Assault unter den Lights. Es ist einfach so. GG, das ist eine französische Frau in Nomme. Jo, die kann ich nicht lassen. Ach, Schiri, du machst mich so glücklich, wenn ich stecke noch eine kleine Finger in meine Popo. Immer wieder erquickend. Immer wieder erquickend. Ganz fisch. Wie gesagt, ich schieße ihm hinten in den Center-Thaus und der Arm fliebt weg. Das ist natürlich gut. Ja, das dauert aber. Genres und ich und uns um die Sonne. Wir rausholen, wo das ist. Du musst dich Brillen putzen, dann geht's besser. Äh, ja. Wirakö, kannst du dich erinnern an die Bier, die du getrunken hast, als meine Bauchnappe? Nein, hab ich, hab ich verdrängt. Jetzt werden dir auch zwei Liter, hinterher erinnerst du, die Nieder. Der Albe, der hatte ja auch noch nicht geschah in seinem Bauchnabel. Ah, oh. Hör mal, Cleo, was machst du? Na klar, das wird besonders würzig. Gegner suchen. Ich meine, wer auf Ratsakäse steht. Der Scheißmechanismus schießt mich gleich auf. Ciao. Schon wieder. Hinter der Center-Thaus und der Arm fliebt weg. Hör mich. Jetzt schieß ich aufs Cockpit, jetzt geht der andere Arm kaputt. Wo ist hier der Center? Ich darf auf Raketen mitnehmen zum Schießen, der gehört mir. Hallo. Meine Jump Jets. Geh weg. Nee. Ich schieß du aus dem Center und schau, was passiert. Auf dem Center, okay, warte. Warte. Linker, ist das der Warsch? Linker Torso. Nee, Wulder Kopf. Von mir hat er gerade linken. Ich hatte einen 450er Pinge, der war schon. Warte mal, das ist doch Center Torso, warte mal. Der steht im Rumpf, da ist scheißegal, was er für Pinge. Okay, jetzt, jetzt mal aus Center Torso. Komm, wir nehmen mal auseinander. Hier noch schön die Beinchen. Lol, der, lol, lol, der kriegt keinen Schaden in die Beine. Der kriegt keinen Schaden, gell? Ja. Lol. Das geht denn da falsch. Warte mal, probieren wir uns das andere Bein. Das andere Bein geht. Das andere Bein geht. Das ist nicht gehackt. Das habe ich heute auch schon mal erlebt in einem anderen Spiel. Das ist... Das ist einfach... Wenn die Disconnector trocken, ist es so. Gehen die ein bisschen woanders, wie bei dir am Playhand. Hast du das Bein gefunden? Ja, ja, ich habe das Bein gefunden. Wiste, ich konnte durch die Wand schießen, schon ist er tot. Oh, ich habe das Bein noch kaputt gekriegt vorher, glaube ich. Sehr nice. Und da kommt jetzt nochmal einer, oder? Ja, aber ich gehe vorher zum anderen. Welcher andere? Nee, nee, das ist schon der letzte, der jetzt kommt. Der andere ist schon da. Ja, ja, sag ich doch. Jetzt bin ich mal gespannt, ob mich das Ding tot schießt. Wir sind in den F9. F9, oh. Wenn du ein bisschen schneller gehst, bitte schön, vor die Uhr abläuft. Ich probier's, ja. Bisschen hingehen, wo sie wollen. Ich habe keine LRMs mehr. Ja, schon wieder der Arme, glaube ich. Das ist ein Maddock. Arm? Der hat nur Arme, der versteht nur was Armen. Ich verliere es im Süß. Und jetzt hat er einen Cent, also Torso auch. Wenn ihr wüsstest, wo ihr hinschießt. Hehehe. Der Centertor, der ist in der Luft. Ja. Also richtig. Hol den, komm mal her, treffen wir nicht aus. Ich will auch nochmal. Der Hellbringer war jedenfalls richtig süß. Jetzt hat er einen Steinweg. Ja. Der hatte sich an den Ogins heiß geschossen. Sieht mich, schießt auf mich, schaltet ab. Tja, dat ist halt nicht so gut. Ich stelle mich gemütlich vor. Ich suche mir seine Kanzel und bumm. Das war doch jetzt ein richtig schön angenehmes Match. So, das machen wir jetzt nochmal. Nice. Einfach mal eine halbe, über eine 660.000 Tradits. Ich liebe es. Oh, nice. Das war jetzt.